Ich habe recherchiert, war vorher in Deutschland bei einem anderen Arzt und er hat gesagt, das wäre nicht möglich. Dann habe ich recherchiert im Internet und dann habe ich die Klinik Swiss Dental Brain gefunden. Und die haben gesagt, das ist möglich. Und da war schon die erste Freude das. Ich habe einen Angstpatienten kennengelernt im Hotel und sie hat sich so gefreut und hat mir zugehört, was wir im Knochenaufbau und mit dem ganzen Werdegang dreimalig in der Klinik praktisch gemacht haben. Und sie hat gesagt, sie braucht keine Angst zu haben und ich werde sogar ihre Hand halten. Und sie müsste überhaupt nicht keine Angst haben. Es sind auch deutsche Mitarbeiterinnen hier auch, die, wo sie beraten und alles erklären, was zu tun ist. Der Unterschied zu meinem Leben war vorher Schmerzen, Qual. Immer darauf zu achten, dass die Zähne halten oben, weil die ja eine Brücke geklebt war. Und jetzt habe ich eine Befreiung, also wie ein riesengroßer Stein von meinem Herz abfällt. Ich fühle mich glücklich. Ich bin also glücklich. Ich bin also wie befreit davon. Und ich denke mir, das kann gar nicht sein. Ich habe neue Zähne. Also unglaublich. Und ich fühle mich fünf Jahre jünger. Meine Tochter hat gesagt, Mama, super, schauen Sie aus. Also ich habe viele Bilder geschickt, immer von meinen Zähnen und von mir. Und sie hat gesagt, klasse, super, du siehst total erleichtert aus.